Ja. Ja, ja. Ach guck mal, da geht in den Schuh rein. Ja, da ist er. Ja. Guck mal, guck mal. Siehst du, da ja. Es geht auch mit der Nase da rein. Jetzt klebt er. Was ist denn da? Guck mal, ich dreh dir den Schuh nochmal um. Ey! Was tut da damit? Was hat er bloß mit den Schuhen? Tja. Er denkt, wo das ist ein... Alter sind... Ja, niedlich. Ach gut. Aber er macht auch viel Blödsinn. Man muss auch Geduld haben. Mhm. Ja, ja, ja. Die Kratzer. Entschuldigung, der Mann auch will. Wie süß. Gencapcipline. Du musst ... ... Oh! Au faudra. Was ist jetzt mal drauf, jetzt? Ja, ist falsch rum. Er schleppt ihn immer weg, ne? Als ob das seine Beute wäre. Kater kämpft mit Hauchschuhen. Jetzt haut er damit ab. Hey, bestimmt da unter, ne? Ja, bestimmt. Ach, guck mal, jetzt hat er das der andere. Jetzt kommt der andere. Hier ist noch einer, komm. Könnt ihr euch teilen? Nein, mein? Meins, meins. Guck mal, das ist sücht, ey. Mein Opfer. Ja. Lass ich mich nicht wegnehmen. Hier ist noch einer Schuh. Das ist süß. Oh, bitch. Aber man, ich ablenken. Süß, ne? Und der andere denkt sich, was macht der denn noch? Boom. Als ob das seine Beute wäre. Ja. Hier ist mein Platz. Geh mal weg. Hey, ich muss mal ranzukommen. Nicht so schlimm. Ja. Aber ich habe gesehen, dass da noch ein Schuh ist. Ach, nee. Kommt der her? Toll. Gut, wäre ein Judith-Foto gewesen. Ja. Oh Mann. Kann man ja noch später draus machen. Du. Oh ja, versuchst du mir das so machen? Ja, klar. Mach mal einen Screenshot davon. Ja. Oh ja. Es gibt ja jetzt auch schon das Note 20. Ja. Ultra mit 5G. Äh, mit 5. K. Äh, nicht 5K. 5G. Was haben wir jetzt? 4, ne? 5G. 5G. 2, 7G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8G. 5G. 6, 5G. Legt sich da auch mal jemand oben drauf? Ja, ich hab vor zwei Tagen wieder drauf gelegen, hab gelesen, am Sonntag. Von den Katzen, meint ihr? Ach so, ja, klar. Ja, ne? Aber Delsen legen sie lieber unten. Sag, Alter, fort! Ah, da hat schon wieder jemand Probleme. Ich war letztendlich in der U-Bahn, der S-Mann, und hab jemanden erlebt, also echt. Der hatte Probleme. Hat er umgemeckert, oder wie? Mhm. Ja, psychisch fertig. Aber die Klinik ist ja nicht weit weg, ne? Ja. Vielleicht kam er da her. Ne. Er ist vor allem, dass er eigentlich stieg in die S-Bahn. Oh Gott, der andere ist schon kaputt. Oh je. Ist der andere schon kaputt von dir? Oh, er hat's immer um sich. Mütlich. Ja. Er war schon 25 Minuten. Kannst ja zuschneiden, die beste Szenen rausnehmen. Am besten wäre er immer zwölf Minuten, sagt YouTube. Oh, jetzt ist er. Was ist das denn? Was ist das? loos. Ich fühle mich.